Ich frage mich, warum Sie alle derzeit so saft und kraftlos im Unterricht erscheinen. Möchte mir irgendjemand erklären, was hier los ist? Sie sagen mir jetzt auf der Stelle, was passiert ist. An die Ringe. Sofort. Aber der ist verstaucht. Sie reden jetzt oder Sie turnen. Ich hab ihn verprügelt. Das ist passiert. Ach, und die anderen haben Sie auch verprügelt? Ihnen geht doch schon die Luft aus, wenn Sie nur an Turnen denken. An die Ringe. Und Aufschwung. Und drei. Das war nicht die Übung zum Brink. Stellen Sie sich nicht so an. Ich tone Sie Ihnen noch mal vor. Sind Sie wahnsinnig geworden? Sind Sie wahnsinnig geworden? Lassen Sie mich sofort runter! Aufhören! Kommen Sie sofort zurück! Kommen Sie aufhören! Kommen Sie aufhören! Kommen Sie aufhören! Kommen Sie aufhören! Vielen Dank.